Herzlich willkommen, du wunderbare Seele, für eine weitere Lichtlesung zu den Lichtkörperstufen aus dem Buch der Lichtkörper, ein Überblick über den globalen Transmutationsprozess von Rhein-Dien an Selmy. Mein Name ist Daniel Janang. Ich lade dich herzlich ein zu lauschen. Danke, dass du da bist. Lichtkörperstufe 9 Bei der Aktivierung der 9. Stufe starten wir eine sehr machtvolle Verschmelzung mit unserem multidimensionalen Selbst. Unser Ziel ist, alles, was wir in allen Dimensionen sind, nun auf der Erde zu manifestieren. Darum finden meist zu Beginn und am Ende der 9. Stufe weitere umfangreiche spirituelle Abstiege statt, wie sie schon auf der 3. und auch auf der 6. Stufe stattgefunden haben. Multi-Dimensionale Meister Ariel nennt uns große, multi-dimensionale Meister. Wir kamen auf diesen Planeten, um die Abtrennung vom Licht und die Begrenzung zu meistern. Wenn wir unseren Übergang oder Aufstieg ins Licht abgeschlossen haben, sind wir multidimensionale Meister des Lichts. Wer noch nicht so weit ist, ist nicht minder ein Meister, nämlich ein Meister der Begrenzung, einer, der noch die begrenzenden Denkmuster erforscht. Um unser multidimensionales Licht abzuschirmen und in Begrenzung zu halten, bedarf es weit größerer Anstrengungen, als sich diesem Licht zu öffnen und es fließen zu lassen. Auflösung der Persönlichkeit Die multidimensionale Verschmelzung führt einmal mehr zu starken Veränderungen des eigenen Selbstverständnisses, des Identitätsgefühls und aller Wertungen. Diese Phase kann gegebenenfalls als besonders schwierig empfunden werden, weil jetzt die letzte und vollkommene Hingabe der Persönlichkeit an die Seele geschehen muss. Es wird uns spätestens jetzt, jenseits jeglichen Zweifels klar, dass unsere niedere Persönlichkeit aufgelöst wird und wir über rein gar nichts mehr irgendeine Kontrolle ausüben. Wir realisieren, dass wir ein göttliches Instrument sind. Die Seele bestimmt nun alles. Was wir tun und nicht tun, die Menge des Geldes, die uns zur Verfügung steht, wie sich unsere privaten und beruflichen Angelegenheiten entwickeln und dergleichen mehr. Wir gehen nun die letzten Schritte durch das Tor des Erwachens. Diese Erfahrung kann aber ebenso ekstatisch wie schmerzvoll und angstbesetzt sein. Erinnern Sie sich in jedem Moment dieser Phase daran, die meisten von uns haben über viele Leben hinweg darauf hingearbeitet. Ariel wie auch Kryon beteuern in ihrem Material immer wieder, dass die Freude und Ekstase, die jenseits des Tores herrschen, im wahrsten Sinne des Wortes unbeschreiblich sind. Ich selbst habe zum Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, diesen Moment noch vor mir, aber meine Lehrer drüben erzählen mir auch immer wieder von der oft schier unerträglichen Liebe und Freude, die sie empfinden. Und uns wird es eben zu ergehen, wenn wir den Prozess abgeschlossen haben. Neue Lichtkörperstruktur Körperlich gesehen werden wir immer mehr Gegenstand von Informationsübermittlungen aus den höheren Dimensionen mithilfe der Lichtsprache. Die ätherische Lichtkörperstruktur in der siebten Dimension wird aktiviert. Sie richtet sich nun immer mehr auf die Überseele aus. Außerdem beginnt sie, die ätherische Blaupause in der sechsten energiedichte Dimension mit jener der fünften zu koordinieren und zu einem neuen Adam-Katmon-Gestalt umzustrukturieren. Es entstehen um unseren physischen Körper herum nur neue sogenannte Alpha-Omega-Strukturen, die einen verstärkten Energiefluss durch die Physis bewirken. Allerlei Symptome Die Auswirkungen dieses Vorgangs auf unseren physischen Körper sind einerseits zunächst Schmerzen im unteren Rücken und in der Hüfte. Auch kann im Unterleib, am Beckenboden, ein Gefühl von Dichte und Druck entstehen. Andererseits kann geschehen, dass sich unser physischer Körper verändert. Er wird vielleicht plötzlich zu wachsen beginnen, dünner oder dicker werden. Die Zirbeldrüse entwickelt sich immer weiter und produziert mehr Wachstumshormone. Bei Frauen können Hormon-, Östrogen-Unausgeglichenheiten auftreten. Und der Menstruationszyklus kann durcheinander geraten. Man kann sich erschöpft und deprimiert fühlen. Galaktische Koordination Die neunte Lichtkörperstufe ist ein galaktischer, ja intergalaktischer Koordinationspunkt. Während in anderen Stufen alle unsere Teilselbste vorwiegend aus unserem Sonnensystem integriert werden, integrieren wir nun viele Aspekte unserer Überseele, die sie außerhalb unseres Sonnensystems quer durch Raum und Zeit erschaffen hat und die noch nicht die Seelenfrequenzen erreicht haben. Wir integrieren alternative Selbste, die gegebenenfalls andernorts in völlig anderen Körpern gelebt haben und noch nicht ganz harmonisch sind. Das kann dazu führen, dass man sich vorübergehend öfter mal ziemlich von sich selbst entfremdet fühlt, sowie Verhaltensweisen und Reaktionen an den Tag legt, die einem bei sich selbst bisher unbekannt waren. Man kann sich davon sogar umsessen oder besessen fühlen und möchte sich gegen das Eindringen und die Anwesenheit dieser alternativen Selbste wehren, was allerdings vergeblich ist. Jener Teil von uns, den wir bisher kannten, schaut oft wie von hinten zu. Was da vorne an ungewohnten Handlungen, ungewohnten Gedanken, Gesichtsausdrücken und Gesten stattfindet. Aber glauben Sie mir, die anderen selbst sind ebenso verwirrt wie wir und verstehen unter Umständen noch weniger, was jetzt vor sich geht. Fassung und Gelassenheit sind die besten Helfer. Wir hier auf Erden sind nun die Träger des neuen Adam-Katmon-Körpers, in denen sich unsere Überseele mit all ihren Aspekten integriert. Wir sind zumeist jedenfalls auf Stufe 9, die am weitesten entwickelten Aspekte unserer Überseelen unter jenen, die immer noch in der dritten und vierten energiedichte Dimension sind. Die Alternativen Selbste, die jetzt zu uns stoßen, brauchen auch noch ein paar Schliffe am Diamanten und bleiben unsere Begleiter, bis sie ausgeglichen harmonisiert und ihre Schwingungen an die Überseelenschwingungen angepasst sind. Auch bei Ihnen wird nun alles aufgelöst, was Ihre sogenannte niedere Persönlichkeit ausgemacht hat. Es ist zweifellos eine schwierige Zeit, die wir auf dieser Stufe durchlaufen. Hier kann ich als Mutmacher alle nur das wiederholen, was mir meine Lehrer und Helfer während oder vor allem nach den schwierigen Momenten immer wieder sagten. Du bist eine Lichtarbeiterin. Verhalte dich dementsprechend, sei stark und mutig und vergiss nicht, dass wir dich lieben. Letzteres mussten sie oft wiederholen, denn etliche Male klagte ich sie während der unangenehmen Phasen der Lust am Quälen an, was sie mir selbstverständlich nie übel nahmen. Sie beteuerten immer wieder, dass sie mit vereinten Kräften alles, was in ihrer Macht steht, unternehmen, um mir, uns, diese Übergangsphase zu erleichtern, ohne mich, uns, unsere Lerngelegenheiten zu berauben. Folge deiner Seele In diesen schwierigen Phasen war und bin ich immer wieder für die wunderbare Unterstützung der spirituellen Lehrer und Engel dankbar, die uns durch menschliche Kanäle schriftliche Informationen zu diesem Prozess zur Verfügung gestellt haben. Bei Vamos, Kryon, Ariel, Sananda, Orin, Sirfis und wie sie alle heißen. Manchmal musste ich mich an einige ihrer Sätze regelrecht klammern, wenn die Verzweiflung mich überwältigte. Ariel sagt zum Beispiel wiederholt, Folge deiner Seele mit jedem Atemzug und ohne zu zögern. Auf der Stufe 9 tut man das nun vollkommen. Alles, was jetzt geschieht, wird von der Seele geführt. Man ist zu jeder Zeit am richtigen Ort und tut und erlebt das Richtige. Allenfalls noch aufkeimende Existenz, Restängste lassen sich mit diesen Gedanken beruhigen. Sananda sagt, hinter allem ist höhere Weisheit. Öffnung der höheren Chakren Auf der 9. Lichtkörperstufe öffnen sich das 9. und 10. Chakra noch mehr und das 11. und 12. Chakra beginnt sich erstmals zu öffnen. Wir beginnen uns in unsere Christus-Überseele einzuhängen. Das ist jener Teil von unserem multidimensionalen Selbst, der nicht nur die Dualität überwunden, sondern auch noch eine große Zahl von Herzqualitäten entwickelt hat. Von nun an beginnen wir immer häufiger das göttliche Licht, die göttliche Macht und Liebe, den göttlichen Willen, die göttliche Wahrheit zu verkörpern. Die Energie der Christus-Überseele fühlt sich warm, weich und unendlich liebevoll an. Solange die Verbindung noch nicht stabil ist, kann man sich dazwischen aber durchaus manchmal auch noch weniger göttlich fühlen. kosmischer Dienst auf Erden nachdem wir das Tor des Erwachens durchschritten haben, werden wir dauernd von der Ebene des Christusbewusstseins aus funktionieren, jedenfalls mindestens von deren untersten Stufen aus. Hier wird sich vielen auch die Frage stellen, ob sie weiterhin auf der Erde bleiben und der Mensch und dem Planeten dienen wollen. Es gilt allerdings, die Information anzufügen, dass der Dienst hier unten vor einigen Jahren einen ziemlich umfassenden Aspekt erhalten hat, seit die kosmische Ebene nämlich erkannt hat, dass es unser Planet schaffen wird, und zwar in mancherlei Hinsicht auf eine unerwartet großartige Weise, hat sich das Augenmerk der kosmischen Hierarchien vermehrt auf die Erde gerichtet und sie wurde zum Schauplatz eines weitreichenden Integrationsexperimentes auserwählt. Die Aufgaben der Lichtarbeiter, die zu dienen hierbleiben, werden also auch diesen Aspekt in sich tragen. Für sie selbst liegt darin ein ungeheures Wachstumspotenzial. Nach dem letzten massiven spirituellen Abstieg der multidimensionalen Seele in den Körper, der mit der totalen Auflösung des Egos einhergeht, beginnen die Lichtarbeiter nun starkes Licht auszustrahlen. Lichtkörperstufe 10 Die letzten drei Stufen, nämlich 10, 11 und 12, werden die spirituellen Stufen genannt. Auf diesen Stufen ist das Vierkörpersystem zu einem einzigen Lichtfeld vereint und die höheren Chakren sind bis und mit dem 14. völlig offen. Wir sind vollkommen in die Christus-Überseele eingehängt und es bestehen bereits Verbindungen mit der Ich-Bin-Gegenwart, jenes Teils unseres multidimensionalen Selbstes, der direkt mit der Quelle verbunden ist. Wir haben unsere elektromagnetischen Strukturen und genetischen Grundlagen gegenüber dem einstigen Zustand schon so verändert, dass wir nun in unserem Lichtkörper eine sogenannte Merkabar zu entwickeln beginnen. Sie ist eine ätherische kristalline Lichtstruktur, die uns das Reisen durch Raumzeit und Dimensionen in unserer Ganzheit ermöglicht. Avatarfähigkeiten Und wir beginnen jetzt Avatarfähigkeiten zu manifestieren. Fähigkeiten, die den vollentwickelten galaktischen Menschen charakterisieren. Darunter sind unter anderem Teleportation, Apportation, Materialisierung und Dematerialisierung, Hellsichtigkeit und dergleichen mehr gemeint. Wir sind nun völlig wiedererwachte Wesen und uns unserer Einheit mit der Quelle bewusst. Wir fühlen uns mit allem verbunden. Hier gilt es zu betonen, dass diese Fähigkeiten ohne Ausnahme im genetischen Bewusstsein eines jeden Menschen stecken. Alle Menschen können sie in sich entwickeln und sie haben alle Zeit, die dafür braucht, die es dafür braucht. Lichtkörperstufe 11 Diese elfte Lichtkörperstufe wird gegenwärtig erst von wenigen Menschen bearbeitet. Jedenfalls nicht in ihrem ganzen Ausmaß, denn hier ist der Lichtkörper schon fast fertig und beginnt schon so hoch zu vibrieren, dass es jedenfalls heute noch ziemlich unangenehm ist, darin auf der Erde zu bleiben. Hier ist die Merkapa-Struktur schon entwickelt. Hier wird entschieden, ob man im Lichtkörper bleibt und den Aufstieg zusammen mit dem Planeten macht oder sogar noch vor dem Aufstieg des Planeten allein aufsteigen will, um gleichsam als Avantar Guard den anderen den Weg zu weisen. Es kann jemand auch beschließen, zur reinen Energieform des Bewusstseins zurückzukehren, also auch den Lichtkörper zu verlassen. Synthese der Vorstellungen Wenn der einst die meisten Menschen die elfte Lichtkörperstufe voll aktiviert haben werden, wird der Planet nicht mehr in der jetzigen Raumzeitstruktur sein. Wir werden in der Gleichzeitigkeit leben. Spätestens dann werden wir realisieren, dass unsere Vorstellung von früheren Leben insofern relativiert werden muss, als alle diese Leben als Teilaspekte unserer Seele bestehen bleiben, aber untereinander in so großer Resonanz sind, dass sich alles, was jeder tut, unmittelbar auf die anderen auswirkt. Insofern werden die christliche Vorstellung von bloß einem Leben zu einer Synthese finden, mit den östlichen Vorstellungen von einer Reihe aufeinander folgender Leben. Beide Vorstellungen tragen Kerne der Wahrheit. Beide vermitteln aber nur einen Teil des ganzen Bildes. Der Himmel kommt auf Erden. Jene Lichtarbeiter, die hier auf der Erde bleiben, um dem Planeten während des Aufstieges und darüber hinaus zu dienen, werden nun ihre besonderen Spezialisierungen, die sie sich im Zuge vieler Aufstiegs Diensteinsätze zugelegt haben, bewusst diese anwenden und eine führende Rolle spielen bei der Neugestaltung von Gesellschaft und Wirtschaft, bei galaktischen und intergalaktischen Kontakten und in der Schaffung neuer religiös-spiritueller Konzepte und Entwicklungsmethoden. Auf dieser Stufe beginnen die Lichtarbeiter ihre Vision vom Himmel auf Erden zu verwirklichen. Lichtkörper Stufe 12 Auf der 12. Stufe setzt sich fort, was auf der 11. Stufe schon begonnen hat. Hier sind die Lichtarbeiter nun voll im Einsatz für die Umgestaltung des menschlichen Zusammenlebens auf unserem Planeten und das Wissen um die göttlichen Gesetze ist sehr weit entwickelt. Kraft dieses Wissens sind die Lichtarbeiter fähig, zusammen auf diesem Planeten neue Realitäten zu erschaffen. Mit dem Übergang aller noch verbliebener Menschen in die 12. Stufe erfolgt die volle Aktivierung des göttlichen Plans für den Planeten Erde. Dieser Planet geht ins Licht verlässt diese Dimension und wird in der fünften Energiedichte Dimension in ein Multistern System gebracht, wo wir unseren Weg zurück zur Quelle, unsere Heimkehr fortsetzen. Ein aufstellendes Zitat zum Schluss Von unserem Standpunkt aus gibt es nichts Schöneres und Großartigeres als das, was ihr als göttlicher Ausdruck bei eurer Rückkehr sein werdet, sagt Erzengel Ariel. Herzlichen Dank für das Zuhören und auch Weitergeben dieser lichtvollen Botschaften und Informationen. Schön, dass du mit dabei bist, so wie wir hier alle jetzt mit dabei sind und ich danke dir von Herzen dafür. Alles Liebe für dich ein gutes Gelingen, einen guten Aufstieg, einen leichten Lichtkörperprozess und ganz viel Segen wünsche und sende ich dir deine Daniel. Zuhören zu Zuhören zu Zuhören 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 Zuhören